Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will da noch gar nicht hin. Aber da will ich auch nicht wieder rein. Oh Gott. Der Stab wurde eingesetzt. Ähm. Okay. Holzkiste. Ich dachte, der Boden pischt jetzt ein. Wie ist es da ein Loch? Dazu sagt sie gar nichts. Tut mir leid. Schon gut. Ich bin das langsam gewohnt. Was ist um alles in der Welt? Jetzt versteckst du dich hier. Was machst du denn hier? Naja, ich hab gedacht, hier bin ich sicher. Schrecklich, oder? Anscheinend hat jemand die Hunde runtergeworfen. Die Köpfe haben bestimmt schon vorher gefehlt. Oh nein. Was passiert hier nur? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja immer noch, dass ich träume. Aber es muss etwas mit diesem Tod zu tun haben. Und Marias Familie weiß. Maria? Wieso spricht jeder von der? Wer ist das? Wir sind doch bei ihr zu Besuch. Maria Talberg. Ich wusste es. Oh, ich wusste es. Ah. Aber ich dachte, sie heißt Alice. Nein, Moment. Wie komme ich denn da drauf? Maria, natürlich heißt sie so. Der Schock muss bei dir echt einiges durcheinander gebracht haben. Sie hat sich aber selber, selbst Alice genannt. Da bin ich ganz sicher. Und die haben sie da auch mal Alice genannt, oder? Am Anfang? Ne, nur die Talberg. Stimmt. Vielleicht ist sie irgendwie komisch geworden, nachdem sich das Tor geöffnet hat. Wir sollten ja lieber aus dem Weg gehen. Ja, denke ich auch. Da hinten ist eine Bibliothek. Sehr schöne Musik übrigens. Ich wünsche, ich könnte so Klavier spielen. Aber meine Finger sind zu kurz. Das ist meine Ausrede. Ich habe mich alleine nicht getraut, dort zu bleiben. Aber wenn du da bist, geht es vielleicht. Okay? Glaubst du, wir finden da was? Ich denke schon. Okay. Ich komme mit. Yay. Wir haben wieder in unserem Inventor. Oh. Ich dachte, wir gehen da jetzt zusammen hin. Sieht ein bisschen aus wie ein Kerl. Wie soll die nur Hose an und wie ein Kleid? Diese Bücher beschäftigen sich alle mit Magie und dem Übernatürlichen. Vielleicht. Oh, wie cool, die dann immer die Hand vom Mund nimmt. Caro! Ich versuchte, die Wand zu verschieben, aber sie bewegte sich nicht. Dann rief ich Caro, doch auch das blieb erfolglos. Sie antwortete nicht. Ob ihr etwas passiert war? Aber selbst wenn, so kalt das auch klingen mag, konnte ich sowieso nichts mehr daran ändern. Alter. Nach einer Weile gab ich auf. Es hat sich nichts geändert. Ich musste immer noch alleine einen Weg aus diesem verrückten Haus finden. Das finde ich jetzt aber irgendwie gemein. Die Wand bewegt sich kein Stück. Hallo? Hallo? Wieso darf ich jetzt nicht mehr hier oben... Hm, komisch. In der Bücherwand befindet sich ein großer Tresor. Ach, jetzt auf einmal doch wieder. Jetzt wieder nicht. Jetzt wieder? Hm, super. Okay. Das Buch ist 1851 erschienen und handelt vom rachsüchtigen Kapitän Ahab, der einen weißen Pottfall jagt, der ihm einst das Bein abgerissen hat. Ja, so kann's laufen. Der Name der Rose von Umberto Eco. Das Buch ist 1980 erschienen und handelt vom Franziskaner William von Baskerville. Der mysteriöse Mord in einer Benedikt... Der mysteriöse Mord in einer Benediktenabte... Hä? Was ist denn los? Benediktinerabtei aufklären soll. So, jetzt hab ich mir grad einen Stift geholt. Und jetzt schreib ich mir das mal auf. Der Name der Rose... Der Name der Rose... 1980... So... Moby Dick... Moby Dick... 1851... So alt ist das schon? Hammer. Der Hund der Baskervilles von Arthur Conan Doyle. Das Buch ist 1902 erschienen und handelt von einem weiteren Fall des berühmten Pfeifferrauchenden Detektivs Sherlock Holmes. Okay, das ist dann der Hund von... Äh, der Baskervilles von 1902. Und der Alte Mann und das Meer. Ernest Hemingway, natürlich. Wer kennt die nicht? Englisch Elker... Hä? Das waren noch Zeiten. So... 1952. Äh, von Ernest Hemingway. Das Buch ist 1952 erschienen und handelt von einem alten Fischer und seinem Kampf mit einem großen Marlin. Also, ähm... Marlin ist ja... Cesarisch nicht möglich. Ist, ähm... Gott, wie heißt die denn jetzt? Wie heißt... Schwertfisch. 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 Der Schimmelreiter. Von Theodor Sturm. Hm. Das Buch ist 1888. Erschienen und handelt von der tragischen Geschichte des späteren Deichgrafen Hauke Hayens. Ja, ich kenne nur Schimmelentferner. Aber gut. So. 2000 Meilen unter dem Meer. Gibt's doch auch den Film, oder nicht? Oder? Von Jules Verne. Der letzte Band ist 1870. Erschienen und die Geschichte handelt von den Abenteuern auf dem U-Boot Nautilus. Auf dem Tisch befinden sich eine Leselampe und ein Buch über die griechische Mythologie. Auf dem Zettel wurden drei Bilder gezeichnet. Eine Wal, eine Pfeife und ein U-Boot. Dafür wurde eine goldene Farbe benutzt. Okay, also der Wal ist Moby Dick. Die Pfeife ist Sherlock Holmes. Und... U-Boot ist das letzte. 20.000 Meilen. Ist die Reihenfolge so auch schon wichtig? Muss ich jetzt noch nach hierdem gehen? Na, eigentlich nicht, oder? Das dürfte doch eigentlich keine... ...keine Rolle spielen. Hm. Okay, gut. Können wir die benutzen? Ja. Drücken ziehen? Menno. Ähm. Und jetzt? Ach. Müssen drei Zahlen eingegeben werden. Äh, das sind aber vier. Das sind vier. Und was schreibe ich da jetzt rein? Ach, Zahl eins. Ach, okay. Jetzt verstehe ich. Okay. Eins. Acht. Fünf. Eins. Neunzehnhundert... Zwei. Und... Achtzehnhundert... Siebzig. Ja. Im Tresor befindet sich ein Schalter. Das Geräusch kam vom Flur. Das Geräusch kam vom Flur. Und jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020